Herzlich willkommen! In dieser Einheit geht es um das Thema Matrixmultiplikation, also wie ich zwei Matrizen miteinander malnehmen kann, beziehungsweise wann ich das Ganze überhaupt machen darf. Hierzu kann ich mit dem einfachsten Fall anfangen, dass ich einfach eine Matrix mit einer bestimmten Zahl malnehme. In dem Fall geht das relativ einfach. Ich nehme einfach jeden der Einträge mit der entsprechenden Zahl, die davor steht, mal. Das heißt hier, wenn ich diese Matrix 3, minus 7, 5, 2 mit 3 mal nehme, gehe ich hin, mache 3 mal 3, dann minus 7 mal 3, 5 mal 3 und 2 mal 3. Und das gibt dann mein Endergebnis. Das heißt, der Teil ist noch relativ einfach. Komplizierter wird es jetzt, wenn ich zwei Matrizen miteinander malnehme, weil ich habe gewisse Voraussetzungen, die hier eingehalten werden müssen. Die Hauptvoraussetzung ist, dass die Spaltenanzahl von Matrix A, also von der linken Matrix, der Zeilenanzahl von Matrix B entspricht. Das heißt nur, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, kann ich überhaupt sinnvoll zwei Matrizen miteinander malnehmen. Ich kriege also überhaupt ein sinnvolles Ergebnis raus. Was unterschwellig immer mitläuft, ist die Eigenschaft, dass A mal B bei Matrizen nicht das gleiche unbedingt ist wie B mal A. Das heißt, hier muss ich zusätzlich auch noch darauf achten, dass die Reihenfolge eingehalten wird. Das kann man sich unter anderem auch da dran erklären, wenn ich jetzt eine 1 x 3 Matrix mit einer 3 x 1 Matrix malnehme, oder einer 3 x 2 Matrix malnehme, dann geht das. Weil die Spalten der ersten sind 3, die Zeilen der zweiten sind 3. Wenn es jetzt aber 1 x 3 mal 3 x 2 ist, und ich würde die vertauschen, dann hätte ich ja 3 x 2 mal 1 x 3, dann hätte ich zwei Spalten in der linken und eine Zeile in der rechten. Und das würde nicht mehr gehen. Das heißt, alleine so kann ich schon sehen, dass das gar nicht funktionieren kann. Das ist also auch eine wichtige Erkenntnis. Es spielt hier wirklich eine Rolle, welche Matrix links steht, welche Matrix rechts steht. Ich habe aber noch einen anderen Vorteil auch da dran. Wenn ich sichergestellt habe, dass die Spaltenanzahl von A gleich der Zeilenanzahl von B ist, dann kann ich mir auch überlegen, wie groß die Ergebnismatrix sein wird. Und die Ergebnismatrix hat die Spaltenanzahl von A, Entschuldigung, hat die Zeilenanzahl von A und die Spaltenanzahl von B. Das heißt, ich kriege nicht nur mit der Größe der Matrix A und B raus, ob die beiden überhaupt multipliziert werden dürfen. Ich kriege zusätzlich auch raus, wie groß letzten Endes das Ergebnis ist. Das ist gerade Zeilen von A mal Spalten von B. Gut, das ist alles sehr schön im Hintergrund zu wissen. Aber wie multipliziere ich jetzt tatsächlich diese beiden Matrizen? Weil ich kann es auch nicht mehr so machen, wie bei der Addition und der Subtraktion, dass ich das einfach elementeweise mache. Das geht nicht. Stattdessen schreibe ich die beiden Matrizen in dieser Form hin. Um mir das Leben vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, nicht direkt so, so dass ich dann hier das Ergebnis wie folgt ausrechnen kann, sondern in dem sogenannten Falk'schen Schema. Beim Falk'schen Schema schreibe ich links meine Matrix hin, die auch sonst links steht und rechts oben jetzt aber die Matrix, die rechts steht. Warum mache ich das so? Weil ich dann hingehen kann, dann gehe ich hin, nehme hier 6 und 4 in der ersten Zeile. Diese 6 und 4 setze ich in Verbindung mit der ersten Spalte hier oben, mit der 2 und 1. Und zwar insoweit, dass ich sehe, die kreuzen sich ja genau hier in diesem Punkt und da rechne ich aus 6 mal 2 plus 4 mal 1. Das heißt, hier in diesem Schnittpunkt kriege ich den Wert raus 6 mal 2 plus 4 mal 1, also 12 plus 4, 16. Und das mache ich bei den anderen genauso. Das heißt, den zweiten Eintrag, da rechne ich 6 mal 7 plus 4 mal 5, addiere das Ganze auf und kriege damit den zweiten Eintrag. Das mache ich jetzt für jeden dieser theoretisch 9 Schnittpunkte von Zeilen und Spalten. Und wenn sich das jetzt nochmal vor Augen führt, dann ist das genau das, was wir eben auch diskutiert haben. Warum also die Spaltenanzahl der linken Matrix mit der Zeilenanzahl der rechten Matrix übereinstimmen muss. Warum das Ergebnis die Zeilenanzahl der linken und die Spaltenanzahl der rechten Matrix aufweist. Gucken wir uns das jetzt nochmal genau dann vom Ergebnis an. Das heißt, wenn wir das anwenden, hier schreibe ich sie jetzt erstmal nur normal hin, mache das aber gedanklich wie vorher auch, diese Zeile mit dieser Spalte, dann ist das ja nichts anderes wie die 6 mal 2 plus 4 mal 1. Für den zweiten Eintrag in der ersten Zeile 6 mal 7 plus 4 mal 5. Für den dritten Eintrag 6 mal 3 plus 4 mal 8. Also all das, was ich bekomme, wenn ich quasi die Kreuzungspunkte in dem Falksenschema entsprechend ausfülle. Das heißt, so kann ich relativ einfach auch zwei Matrizen miteinander mal nehmen. Ja, dann habe ich diese Zwischenschritte, dann muss ich diese tatsächlich nur nochmal ausrechnen und kriege dann mein Endergebnis. Das sieht dann aus wie hier. Und damit sind wir dann nicht nur beim Ende des Beispiels angelangt, sondern auch direkt beim Ende dieser Einheit. Das heißt, idealerweise erstmal gucken, kann ich überhaupt multiplizieren? Und wenn das möglich ist, dann die Multiplikation mit Hilfe des Falksenschemas durchführen. Wie gesagt, das war dann auch alles zu dieser Thematik. Ich sage dementsprechend auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.